komm ruhig wieder her naja da hinten sind nämlich krabben ich habe auch irgendwie angst, dass ich die krabben mit reinlocke wenn ich den wenn ich da einfach reinlatsche jetzt kann ich ein bisschen schaden machen ich sollte mich noch einmal zurückziehen auch wenn das jetzt lästig ist aber ohne essen habe ich nur diese taktik ja ich hätte das essen nicht wirklich so vergolden sollen sondern immer erst dann benutzen wenn ich es gebraucht hätte jetzt kann ich aber halt durchschlafen und ich hätte den nicht zauber vor dem anklicken reaktivieren sollen na egal also es ist auf jeden fall gut dass ich jetzt den forstboot habe das gibt uns ein bisschen mehr handlungsfreiraum wenn ich nämlich den gegner einfrieren kann kann ich ihn leichter vernichten und ja das war klar wieder ein oker und ja das sind die krabben von denen ich geredet habe ein oberlicht bringt mir nur nicht viel und da wäre der ausgang das problem ist die hungrigen machen auch weniger damage jedenfalls physischen damage und weg guten weg weiter nach unten naja hier kommen wir erstmal nicht durch hoffentlich ein ort an dem wir essen finden wir sind im engine core gelandet gräber von lich scheldon und malko ihr der fünfte und der siebte der sieben die bringer des schmerzes und der verwesung sie werden so bleiben bis zum ende aller tage es gibt kai wir wollen dich nicht drängen die buttons zu drücken aber wir wollen mehr ich habe doch noch einen grünen oder okay das war jetzt nicht das rätsel lösung aber wir haben hier aufgemacht wir haben tatsächlich mal ein grab aufgemacht okay only the fall may pass only the fall may pass ja im augenblick haben wir nur die hungernden die passen also können wir das gleich mal hier reinschreiben nein der bringt nichts der verwandelt dich nicht in einen roten die drei runter bringt nichts also herunter bringt nichts dann gucken wir mal so der in der mitte der hier hoch der hier hoch nur der runter bringt auch nichts es gibt ja nicht so viele möglichkeiten der runter der oben der oben bringt nichts so der runter der hoch bringt auch nichts ansonsten wüsste ich nicht was ich hier machen könnte wieder hoch bringt mir nichts weil da komme ich nicht weiter das ernst zu transmutieren auch nebenbei nicht air magic sondern hier healing spell volle heal and nourish all party members hast du das bei staff defense auch zufällig nein du hast nur alle champions wenn dein staff der ist auf die fans 24 erreicht hat ich habe auch keinen erz zauber der irgendwie mir was essbares herbeizaubern kann nein gehen wir noch mal nach oben haben wir hier was übersehen hier wäre halt nur der ausgang da wären zwei ogre hier hat sich leider nichts geöffnet hier hat sich auch nichts geöffnet hier hat sich auch nichts geöffnet hm und die öffnen sich überhaupt nicht gut das ist nur der rückweg der uns nichts bringt ja und hier können wir nur hier runter in die nächste gruft die schon ein bisschen leckt irgendwie bin ich froh dass wir keinen Schaden nehmen so machen wir wieder licht an ich sehe gerade die sachen wenn ich sie drauf lege werfen sie in schatten aber das bringt mir nicht gerade viel leg dein schild wieder an ah du willst nur den blut geben ach du meine kacke hilfe gegner die nur durch magie die besiegt werden können ok ach ja ich muss dann noch mal damit noch mal da runter das fallen markieren mhm kram die nur durch magie besiegt werden können du mich auch falsch falsch so einmal kurz hochgeheilt so so luks respawnt hier nichts mehr von der antiken horde so hier durch hier durch hier durch hier kurz runter einmal alles abgehen nur die gefallenen oder der fallen weil das fallen ist groß geschrieben also ist es ein titel so so öhh äh nein nicht gut äh Okay.